Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars und zwar die erste nach meiner Klassenfahrt auf meinem Kanal und deswegen frage ich euch jetzt sofort mal am Anfang, damit ihr nicht sofort abschaltet Ich habe meine allererste Runde Bad Wars nach, ich glaube 10 Tagen oder so, aufgenommen Ich habe mich davor, ich habe davor zwei Runden Kursgeil gespielt und sonst gar nichts Ich glaube ich habe die irgendwie so eine Minute nach Beginn der Runde angefangen aufzunehmen Und da habe ich halt nichts kommentiert oder so, es war einfach nur eine random Aufnahme Und da labern dann halt noch andere Leute im Hintergrund im TS-USW Deswegen möchte ich euch jetzt mal fragen, ob ihr lieber, ob ihr die Runde auch sehen wollt Denn ist ja schon lustig zu sehen, wie so ein Stück Code nach einer Woche ohne Bad Wars Bad Wars zockt Alles klar Der war irgendwie komisch der Typ Egal Auf jeden Fall wäre das ja vielleicht so ein bisschen interessant, ich gucke mir die selber auf jeden Fall an Und Ja Das war dann schon mal die erste Sache Dann will ich noch einmal über den Vlog reden Ich weiß, ich habe den ganz groß angeteasert, der wird auch dieses Mal auf jeden Fall kommen Allerdings werde ich da nicht so drauf zu sehen sein und da wird auch kein Skifahren oder so drauf zu sehen sein Das war alles geplant, allerdings kam mir dann ein Zwischenfall Dazwischen, sag ich mal Etwas Ungewolltes kam dazwischen Und zwar musste ich dann, also ich habe geplant Für Donnerstag wollte mein Real-Life-Freund mir seine GoPro ausleihen Dass ich da zumindest ein paar Fahrten aufnehmen kann Weil das mit der Legrea natürlich etwas schwieriger ist, weil das ist ja keine Action Cam Deswegen wollte er mir seine GoPro leihen Ich so, yo, danke, alles gut Wäre voll nett von dir Und er, yo, kannst du nehmen, alles super Dann allerdings War es so, dass ich über Nacht Ja Ich erzähle jetzt mal nicht den Vorfall, was wirklich passiert ist Auf jeden Fall ist über Nacht, ähm, was passiert, was mich am Auge Dass ich mich am Auge verletzt habe halt Ähm, und ich, oh Und ich musste mich dann halt Wie soll ich sagen Vom Skifahren fernhalten Und, äh, musste eine Augenklappe tragen zum Schonen des Auges Also am Auge ist jetzt nichts passiert, sondern eher an den Augenlidern Und sie konnten halt auch im Krankenhaus nichts nähen oder sowas Weil das zu nah am Auge war Und deswegen durfte ich dann halt Die restlichen Tage kein Skifahren Was mir dann Ja, indirekt Verboten hat, sag ich mal Die Aufnahme Zu machen Mit der GoPro Ist natürlich Sauscheiße für mich jetzt gelaufen Aber Nun gut Ist dann halt so Nicht zu ändern Deswegen Muss man jetzt einfach Ohne die Fahrt Leben Ich bin auch nirgends, glaub ich, auf dem Vlog zu sehen Und jetzt habt ihr einmal die Chance In den Kommentaren In die Kommentare zu schreiben Ob ihr das sehen wollt, die Verletzung oder nicht Jetzt ist die eh nicht mehr so heftig Ähm, aber ich weiß dann nicht Keine Ahnung Ob euch meine Fresse jetzt so interessiert oder nicht Ich geh vorher auch nochmal zum Friseur Weil ich echt scheiße so aussehe Und Ja Aber ansonsten Sieht man eigentlich mich gar nicht Das war halt alles anders geplant Ich hab halt Die ganze Zeit Landschaft aufgenommen und so weiter Für Übergänge und so weiter Das hab ich schon alles eigentlich richtig gut geplant gehabt Und dann kam halt das dazwischen Das war Sau mies Naja Egal Egal Auf jeden Fall Der Vlog wird kommen Und Diesmal hundertprozentig Ich weiß nicht, wie lange ich zum Schneiden brauchen werde Deswegen sage ich euch jetzt halt Dass ihr abstimmen könnt noch Ob ihr meine Hackfresse sehen wollt Oder nicht Und hier Okay Okay, das war super gemacht Das war gut Das war richtig gut Okay So Äh, deswegen wie gesagt Könnt ihr jetzt nochmal abstimmen Ob ihr meine Hackfresse nochmal sehen wollt Wie das alles aussieht Dass ich vielleicht dazu nochmal ein bisschen was laber Am Ende Und Ja Äh Äh Ich muss jetzt zum Glück mein Auge erstmal nicht mehr schonen Deswegen nehme ich jetzt Ich weiß nicht, wie lange ich halt aushalte Es aushalte zu zocken Deswegen Wobei zwei mit dem Clan waren Die werde ich wahrscheinlich hochladen Auf dem Clan-Kanal Was ich auch damit jetzt ansprechen kann Es wird einen Clan-Kanal geben Den werde ich hauptsächlich leiten Es werden mir vielleicht andere Leute aus dem Clan Aufnahmen schicken Oder auch nicht Keine Ahnung Ähm Ja Ähm Gut Spammer Bin ich jetzt immer noch nicht Und er läuft einfach ins Feuer Oh mein Gott, wie dumm Ähm Ja Vielleicht werden mir andere Leute Aufnahmen schicken Oder auch nicht Keine Ahnung Werden wir ja dann sehen Lauf halt runter So Werden wir ja dann sehen Und wir andere Leute Also So Aufnahmen schicken Oder auch nicht Und ja Damit wäre diese Runde auch schon gewonnen Diesmal ein bisschen mehr gelabert als sonst Würde ich mir vornehmen Und ja Das waren erstmal ein paar Themen Und ja Wie gesagt Stimmt in den Kommentaren ab Ob ihr die erste Runde Bad Wars sehen wollt Und stimmt in den Kommentaren ab Ob ihr mal eine Hackfresse sehen wollt In dem Vlog Und ja Das war's auch mit diesem Video Bis zum nächsten Mal Und tschüss mit dir Das war's auch mit tom S